Am Mittwoch, den 22. Februar, trafen sich die Unternehmer der Fachausschüsse und Arbeitskreise der Industrie- und Handelskammer Magdeburg zu einer offenen Frage- und Diskussionsrunde. Zu Gast war der Finanzminister Sachsen-Anhalts, André Schröder. Er sprach über die Haushaltsplanung 2017 und 2018. IHK-Präsident Klaus Olbricht sprach einleitende Worte zum Thema und begrüßte die anwesenden Gäste sowie Finanzminister. In dessen Vortrag ging es unter anderem um die prioritäre Vergabe von Mitteln der jetzigen Legislaturperiode. Wichtige Maßnahmen sind unter anderem die Verstärkung der Bildungsinvestitionen und der inneren Sicherheit, der Ausbau der Infrastruktur und die Kommunalfinanzen. Ebenso wurde aus seinem Vortrag deutlich, dass das Land Sachsen-Anhalt finanzpolitisch auf einem positiven Weg ist. Im vergangenen Jahr konnten wichtige Weichenstellungen zur langfristigen Sicherung der Finanzen des Landes vorgenommen werden. Auch die Steuerdeckungsquote steigt an. Rund 60 Prozent seiner Ausgaben erwirtschaftet das Land Sachsen-Anhalt selbst. Das führt ebenfalls zu einer schnelleren Gesundung des Haushaltes. Auch der Altschuldenabbau wird erfolgreich fortgesetzt und zeigt einen positiven Trend. Diese Regierung hat sich vorgenommen, jedes Jahr 100 Millionen Euro Altschulden abzubauen. Durch eine Sondertilgung des Überschusses aus dem Jahr 2016 haben wir 2016, 2017, 2018 einen Altschuldenabbau von 325 Millionen Euro. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das gehört dazu. Keine Landesregierung in Sachsen-Anhalt hat jemals so viel Schulden abgebaut wie diese. Finanzminister André Schröder setzt alles daran, die Ziele und Möglichkeiten zu verwirklichen, damit Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 auf finanzpolitisch eigenen Füßen steht. Hierfür hat das Land in den vergangenen Jahren gute Voraussetzungen geschaffen. Nach seinem Vortrag folgte die offene Frage- und Diskussionsrunde mit den Mitgliedern der Industrie- und Handelskammer. Die Unternehmer hatten die Möglichkeit, ihre Fragen persönlich an den Finanzminister zu stellen. Der IHK-Präsident stellte die gesammelten Fragen der ehrenamtlichen IHK-Ausschussmitglieder vor. Eine wichtige Angelegenheit ist die Unternehmensnachfolge und in diesem Zusammenhang insbesondere die Grunderwerbssteuer. Hier ist die IHK einer der ersten Anlaufpartner für Unternehmer. Ist beim Betriebsübergang von einem Gesellschaft auf eine neue oder auf eine gesellschaftliche Familie Grunderwerbssteuer fällig. Die ist privat zu zahlen und sofort zu zahlen. Und das ist eine ganze Menge Geld in der Regel. Und darauf sollte man achten, wenn es zu einem Betriebsübergang kommt, das haben wir mit dem Minister besprochen, da vielleicht Lösungen zu finden, inwiefern wir da unterstützen können oder helfen können, dass die Belastung für den Übernehmenden dann nicht zu groß wird. Themen in der offenen Diskussionsrunde waren unter anderem auch die Tarifbeschäftigten, der Fachkräftemangel, die IT-Ausnutzung mit Schwerpunkt auf die Förderung der Digitalisierung und der Plan B der Landesregierung bei der Haushaltsplanung. Am Ende der Veranstaltung konnten alle Fragen beantwortet werden und neue Anregungen und Impulse wurden gesetzt. Es war auch das erste Mal, dass er damit heute konfrontiert wurde. Muss ich auch vielleicht ein bisschen einlesen, ein bisschen einarbeiten in den Problematiken. Und ich denke, wir werden in naher Zukunft ein paar Gespräche mit ihm führen, wie wir für Sachsen-Anhalt eine gute Möglichkeit schaffen werden, diesen Betriebsübergang auch steuerlich optimal, sag ich mal, zu realisieren. Bis zum nächsten Mal.